Ne, ist was anderes. Was ist es denn? Es ist ein Rätsel mit einem Mädchen. Fischergedicht. Der frühe Tag trieft gar das Taus. Schon schaut der finnige Fischer in den Teich. Hoffentlich holt er Heilbutt heraus. Richtig riesige Fischflossen machen reich. Okay. In den Teich machen reich. Vater, das ist nicht mehr lustig. Ne, Waldherr. Walter oder Waldherr? Ein Waldherr oder Walter. Ich glaube, die meint Walter. Oh, was soll ich nur tun? Das ist nicht der Richtige. Mein Bruder hat braune Augen. Ich muss ihn aus dem Wasser ziehen. Es wird nicht einfach. Er ist so gemein und glitschig. Walter, du wirst so viel Ärger kriegen, wenn Mutter davon erfährt. Sie hat dir gesagt, du sollst nicht mit Kobolden reden. Ja, ist der Bruder jetzt tot oder ist die Lalla und denkt wirklich, der Bruder wäre ein Fisch? Du bist keine Hilfe. Mein Bruder schwimmt immer noch im Teich. Tja, äh. Soll ich den jetzt... Ne, ich soll angeln, ne, oder? Ich kann angeln jetzt zum Glück endlich. Äh, aber nicht so. Tja, wie angel ich? Moment, nochmal. Angelstur. Ach, guck mal, da gibt's auch den Knopf schnell speichern. Cool. So, äh, zielen. Sieh an, so viel leckerer Fisch. So, Schnur auswerfen. Ich hab lang nicht mehr geangelt. An den Haken nehmen. Ne. Tja, jetzt angeln wir auch in Assassin's Creed. Wurde auch Zeit, dass es endlich mal im Spiel... war, das Angeln. Zum Ziehen schnell drücken. Ich weiß nicht, ob man da gegensteuern muss, wo der Fisch hinschwimmt, oder da... da hinziehen muss. Ich glaub, da gegensteuern, ne, oder so. Immer da, wo er hingeht, genau in die andere Stadt. Ich bin nicht überzeugt, dass dein Bruder von einem Kobold verzaubert wurde. Angel, weiter! Nicht zum Vergleich hier ne Leiche an der... an der... Also, da ist mal wieder so ne richtig kranke Schwester. Die denkt, ihr Bruder wär'n Fisch, also... Da denkt man manchmal auch... Was haben Mädchen für Ideen? Wieder so voll gemein. Ja, manchmal sind's Einhörner, oder Bären, oder was weiß ich. Irgendwie denken die immer, Brüder sind irgendwie komisch. So. Eigentlich sind die Mädchen die komischen. Ich spreche aus Erfahrung. Ich hab' zwei Nichten. Und wie die manchmal mit ihren Brudern reden... Die Brüder wollen immer nur hauen und... und beleidigen, und die Mädchen haben irgendwie ganz komische Gedanken. Das ist so irgendwie... Ich zieh' jetzt den Fisch einfach an Land hier, das ist mir eh zu blöd. Mal gucken, wie oft wir hier angeln müssen, bis wir Wolter haben. Ich bin so gespannt, was da für ne Story rauskommt. Also, wenn gleich hier ein Fisch anfängt zu reden, dann... ...nehm' ich alles zurück. Aber kann ich mir fast nicht vorstellen. Jetzt nimm doch den blöden Fisch da endlich aus dem Wassermann. Noch einer. Das wird reichen. Wolter, bleib im Busch. Wir haben, was wir brauchen. Nein, haben wir nicht, du Puddingkopf. Nenn mich nicht Puddingkopf. Puddingkopf, Puddingkopf. Ja, jetzt habt ihr das gesehen. Also, Walter war kein Fisch. Das Mädchen hat irgendeinen totalen Quatsch wieder geredet. Und der Junge lebt noch. Das ist ja schon mal ne gute Sache. Dein Bruder sieht recht gesund aus. Für einen Fisch. Wir dachten, es wäre witzig, wenn jemand anderes für uns angeln würde. Also habt ihr mich reingelegt. Und es hat geklappt. Überlässt du uns die Fische bitte? Wir tauschen sie auf dem Markt. Walter, wir haben die Fische. Danke, Fremder. Fischunterricht, Rätsel gelöst. Wieder kleines Rätsel, wieder kleine Geschichte. Wieder ein bisschen crazy. Alles ist gut. Die Kinder haben mich verarscht. Naja gut, was soll man sagen. Also war das Mädchen nicht crazy im Kopf. Und der Junge ist nicht tot. Aber man weiß nie, was am Ende für eine Geschichte rauskommt. Bei so einem Quatsch. Das ist halt immer schon schön. Da haben die sich echt toll was überlegt. Also die ganzen Rätsel. Auch mit dem demenzkranken Vater. Mit den Brüdern, die Belagerung lernen. Und dabei ihr Elternhaus belagern. Und das kaputt machen und sowas. Also es gibt echt lustige Quests hier. Oder eher gesagt, lustige Rätsel. Die einfach nur ne kleine Nebenstory sind. Aber die man nicht verpassen sollte, finde ich. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch in der Nähe ist. Weil hier sind noch viele Leuchtpunkte. Die ganzen goldenen, billigen nicht. Aber hier, das ist der weiße. Der weiße ist noch. Der weiße ist noch ein wichtiger. Das ist noch ein Artefakt. Vielleicht ein römisches. Vielleicht irgendwie sowas. Das sollten wir auf jeden Fall noch machen. Boah, es sind schon zwei Stunden vorbei. Was? Ich hab doch gerade erst angefangen. Wie? Sind wir schon zwei Stunden am streamen? Tatsache, es sind schon gleich halb zwei. Was geht ab? Ich hab gerade das Gefühl, als hätte ich eben erst angefangen. Hier muss ich was machen. Unter mir, 27 Meter. Hä? Hier, da ist ein Brun, oder? Sowas. Da, tschü. Da, da. Ups. Oh. Boah, das sind viele. Ich dachte, das wären nur zwei. Aber das ist ein ganzes Rudel hier. Wir machen nicht besser, aber noch. Also auf keinem der Widerstand machen wir gleich mal weiter. Wir bleiben ein bisschen länger jetzt auf Sendung hier. Vielleicht bis zwei Uhr, würde ich sagen. Zwei Uhr ist, glaube ich, so eine gute Zeit, um langsam mal Schluss zu machen. Aber hier ist auch nicht der Eingang. Doch, hier ist irgendwo der Eingang, seht ihr? Hier ist nämlich irgendwie eine Mine oder sowas. Könnt ihr noch bis zwei Uhr, oder ist vorbei? Sei da K.O. Müsste Haier machen. E-Tun-Hof. So. Was haben wir denn hier jetzt? Was siehst du? Ich würde sagen, hier müssen wir rein. Jetzt habe ich, glaube ich, auch wieder... Ja, jetzt. Moment. Also, ich glaube, ich muss den Pfeil nehmen mit Viereck. Und der macht das kaputt. Nee, das war's nicht. Hm. Dann war's doch der andere Pfeil. Dieser nach oben hin. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Super schade. Dann brauchen wir wieder diese... Fässerchen. Ein Glück stehen die immer irgendwo rum. Man muss nur genau gucken, ne? Man muss schon erkunden. Aber in der Regel, wenn man die Dinger braucht, stehen die auch irgendwo in der Nähe. Das ist immer nur das kleine Rätsel, die dann auch zu finden, weil... Ich habe mal einen Bericht gehört. Einen YouTube-Bericht von irgendeiner Gaming-Zeitung. Die sagt, man müsste eine halbe Stunde laufen, um diese Teile zu suchen. Aber eigentlich muss man nur genau aufgucken. Irgendwo in der Nähe stehen die schon. Jedenfalls bis jetzt. Alle Rätsel, die ich so gemacht habe. So, und ja, da ist auch schon die Schriftrolle zu sehen, die weiße. Und wir sind auch schon in der Höhle drin. Ja, sehr gut. Läuft. Aber wir sind noch nicht ganz da. Boah, ist das ein... Fetter Stein. Sehr gut. Ich habe fertig. Eine Schatzhortkarte eingesammelt. Okay. Da oben ist noch eine Truhe, die nehmen wir auch noch mit. Wo wir schon einmal hier sind, ne? Was? Finde einen Schlüssel für jedes Truhenschloss. What? Finde einen Schlüssel für jedes Truhenschloss. Ich finde einen Schlüssel für jedes Truhenschloss. Ja. Wie viele Truhenschlösser sind denn da? Ist der ein Schlüssel? Oh, ich habe einen gefunden. Ethenhof. Bietenhof. War er das jetzt? Jawohl. Sehr gut. Auch hier sind wir fertig. Dann gucken wir jetzt mal auf die Map. Und die Map sagt uns, alles ist gut. Genau. Das sind jetzt alles nur normale Truhen. Hier das Rätsel wäre natürlich noch interessant. Wie kommen wir jetzt am besten dahin? Also eigentlich müssen wir hier die Quest abgeben. Ich weiß nicht, soll ich noch bis zwei Uhr machen? Moment. Also ich bin dafür weiterzumachen. Sagt Marfon, das ist schön, wenn du dafür bist. Das freut mich schon mal. Und ich kann bis jetzt sagen, das Game läuft mit den alten Treibern. Und die Tools melden keinen Fehler an der Grafikkarte. Wäre echt blöd bei den Preisen jetzt eine neue Karte zu kaufen. Ne, dann ist doch gut. Dann spielst du es jetzt erstmal weiter und dann müsste es ja klappen. Okay, wenn wir jetzt weiterspielen sollen, dann machen wir es jetzt so. Ich nehme hier den Schnellreisepunkt jetzt. Wir müssen so hier hoch. Und da ist der Schnellreisepunkt. Den müssten wir noch uns holen, den Schnellreisepunkt. Aber ich nehme den hier. Und reite nochmal hier in die Ecke. Für die beiden Sachen. Ne. Ich nehme den hier, reite hier hin. Um dieses Rätsel zu machen. Dann diesen Schnellreisepunkt und dann machen wir die Quest. Also wir machen jetzt, obwohl den hier brauchen wir auch gefährliche Beute. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. So. Das ist ja nur so eine Quest für diesen Händler. Für diesen Opal-Händler. Den lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Oder? Das ist eigentlich immer nur schnell ein Raubtier killen. Also könnten wir trotzdem machen. Oh. Hä. Ich habe eben gesagt. Ja genau. Ich habe eben gesagt, bei Odysse kenne ich die Fehler nicht. Aber Valhalla kenne ich sie jetzt. Hatte ich aber glaube ich schon mal, dass Valhalla abgestürzt ist. Oh. Ich bin jetzt irgendwo hingeportet. Nicht, dass der gerade beim Speichern jetzt abgestürzt ist. Ich hoffe es war ein Grafik-Bug. Also hier steht Gesamtfortschritt 27%. Aber hier steht jetzt nicht wie viele Stunden bei dem Spiel. Ich gucke mal bei Odysse. Wir spielen weiter. Also keine Angst. 190 Stunden habe ich bis jetzt bei Odysse. Und da brauche ich noch. Drei. Zwei. Drei Stündchen. Na die 200 knacke ich vielleicht noch. Es ist echt heftig wie groß Odysse ist. Das ist also durch dieses Atlantis-Ding. In ganz drei Länder dazugekommen. Ey das war schon krass. Und hier ist ja auch noch Valhalla. Also Atlantis, Der Hades und Elysion. Das war halt echt nochmal drei riesen Maps im Spiel. Und ich bin noch in Atlantis. Und jetzt das gleiche hier in Valhalla gibt es auch noch. Neben England und Dänemark. Und boah. Also dem Wikingerland und England. Das ist echt very much. Und hier habe ich ja noch nicht mal die Add-ons. Hier gibt es ja noch nicht mal die Erweiterungen. Es soll ja noch Irland kommen. So wie ich das gehört habe. Druiden und sowas. Da kommt ja auch dann noch eine neue Map dazu. Also mit Valhalla können wir uns noch lange beschäftigen. Da kommt natürlich auch noch hier. Wie heißt das? Diese Discovery Tour. Wie bei den Ägyptern die Erkundungstour. Und wie bei den Griechen. Kommt dann auch nochmal hier. Da wird uns auch nochmal alles ein bisschen schulig beigebracht. Was die Wikinger waren. Aber das finde ich cool. Da bin ich echt mal gespannt. Was die da für Artefakte fotografiert haben. Auch von den Engländern und so. Und von den Christen. Irgendwelche alten Gegenstände. Kruzifix und sowas. Da bin ich echt gespannt. Was da an Informationen kommt. Ihr dürftet jetzt das Spiel wieder sehen. Ja jetzt sehe ich nichts mehr von Ostern. Also vielleicht ist es vorbei. Nee da muss ich echt sagen. Also hier freue ich mich auf die Discovery Tour. Habe ich mich auch in Griechenland eigentlich drauf gefreut. Eigentlich auch bei den Ägyptern. Weil ist alles was was man in der Schule nicht so richtig mitbekommen hat. Und in der Schule nicht so richtig Lust drauf hatte. Ne dann in der Schule ging es dann um den 33 jährigen Krieg. Oder irgendwie so ein Krimskrams. Aber so richtig Ägyptologie. Ja wir sind auf jeden Fall jetzt wieder woanders. Ihr seht schon der Speicherstand. Ich hoffe dass das jetzt klappt. Mal gucken warum er gerade abgestürzt ist. Halt drückt mal die Daumen. Dass er jetzt nicht schon wieder abstürzt. Ja wir sind da. Und Diesmal sogar bei besserem Wetter. Und er stürzt nicht ab. Sehr schön. Scheint einfach kurzzeitig überfordert zu sein. Mit der Grafik. Aber dafür ist die Quest weg. Ne wenn man auslockt verschwinden die Quests. Auch faszinierend. Also diese stündlichen oder täglichen Quests. So und jetzt. Ich vergesse es immer wieder. Dass ich nicht bei Odysse bin. Nein. 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 Ich darf hier nicht so tief runterspringen. Mensch. Ich bin so blöd immer. Wie bei Odysse. Ich liebe diesen Skill. So frei fallen können wie man will. Also. Hey das reimt sich. Ich liebe diesen Skill. Frei fallen können wie man will. Sehr schön. Ähm. Ja bei. Ich darf hier nicht erwischt werden. Bei WoW habe ich den leichten Fall hier. Den Federfall oder so. Bei Odysse habe ich es auch geskillt. Ich glaube bei Elder Scrolls habe ich es mittlerweile auch beim Champion Level geskillt. dass man tiefer fallen kann und weniger Schaden kriegt oder so. Gibt es glaube ich auch einen Skill bei Odysse. Aber hier habe ich es noch nicht geskillt. Da müsste ich mal drauf gucken ob es den irgendwo gibt den Skill in den ganzen Skill Boyen. Aber noch möchten wir halt die schwere Waffe zweihand mäßig mitkämpfen. Dafür müssen wir noch ein paar Skill Punkte sammeln. So also. Was machen wir jetzt? Ich erkläre es euch nochmal ganz kurz. Wir holen uns dieses Rätsel. Machen diese Schnellreise fest. Frei. Und dann machen wir noch den aufkeimenden Widerstand. Ich hoffe das schaffen wir jetzt in einer Viertelstunde bis zwei Uhr nachts. Machen schaut auf jeden Fall weiter mit. Ab und zu schaltet mal der ein oder andere zwischendurch auch rein. Mir tut es richtig leid um meine ganzen YouTube Zuschauer jetzt hier wo ich auf Twitch streame. Ich hatte da immer so eine Marianna und ein Opa Rainer und sowas alles. Aber ich glaube die kriegen, haben es noch nicht ganz mitbekommen. Da ich jetzt hier auf Twitch nur noch live bin. Die haben mir immer so schön bei meinen Livestreams zugeguckt. Da hatten wir immer sofort drei, vier Leute. Aber ich glaube das wird jetzt bald. Ich muss das nur noch oft genug in den Videos erwähnen. Damit es auch jeder mitbekommt. So. Ist halt für jeden ein bisschen Umstellung auf einmal. Auf einmal andere Plattforms zu streamen. So. Also nur noch. Exklusiv sozusagen. Oh. Schäfchen zu linken soll Freude dir winken. Ja die sind links. Schäfchen zu rechten soll Freude dir brechen. Oh jetzt sind sie rechts. Ei, ei, ei. Ich reihe mal mitten durch. So. Hat sich wieder aufgehoben. Das war der Lieblingsspruch von meiner Mutti, von meiner Mama. Immer wenn ich mit dem Auto irgendwo vorbeigefahren bin. Du verbrennst doch zu einem kleinen Pupsi Krusti. Komm raus. Was? Immer wenn ich mit meiner Mutter an der Schafferde vorbeifuhr. kam das. Genau. So. Auf jeden Fall. Heute sind wir mitten durch die Schafe durch. Darum keine Freude winken. Keine. Was war das andere? Keine Freude brechen. Genau. Brechen. Brechen. Irgendwie so. Okay. Jetzt. Pupsi Pupsi. Wirst irgendwie verkrustet. Ich verstehe nicht, was sie will. Hier, Kleine. Komm, Pupsi Pup. Die scheint auch wieder nicht ganz bei Trost zu sein. Hören wir mal, was sie denn jetzt so von uns möchte. Oh. Mein Pusteblümchen. Wo bist du, Pupsi? Was könnte das wieder sein? Was ist passiert? Pusteblümchen hat einen Brand entfacht. Böses Mädchen. Alles in Flammen. Ich bin kaum entkommen. Pusteblümchen. Mein kleines Pupsehündchen. Sie ist noch im Haus. Ich bin rausgerannt, aber sie kam mir nicht nach. Pupsehündchen, Pusteblümchen. Pupsi Pupsi. Ja gut, ein kleiner Hund, der pupst. Das könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber wie hat er das Feuer entfacht? Flammenwerfer? Wir versuchen ihn zu retten auf jeden Fall. Den guten, lieben Pupsi Blümchen. Husti Pupsi. Keine Ahnung. Es ist so verrückt, diese Quest. Ah, hier ist noch ein Alper. Husti Blümchen? Der Pupsi Lein. Der ist genauso drauf. Pupsi Lein. Da ist es ein Hund. Das ist doch ein Hund, wie es aussieht. Okay, das hat es jetzt nicht gebracht. Wo ist er denn, der arme Hund? Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon zwei, drei Eingänge hier. Aber der Hund ist weg. Upsi. Oben. Oben. Bestimmt oben. Da ist auch nochmal ein Eingang. Aber kein Hund. Oh, ich brenne. Da ist was. Ich sehe was. Mist, Mist! Da ist er. Ein Fuchs. Okay, Fuchs. Folge mir. Hier lang. Komm. Komm her. Füchse bellen fast wie Hunde. Wo ist denn das Rauschen jetzt? Da. Also ein Fuchs. Gut. Da haben wir ihn gerettet. Auch ein schönes Tier, ne? Rauchst du im Grünzeug rum, du Hund? Vielleicht im Gebüsch hier. Sei nicht so frech. Mach dir mich von der Seite an der Wächter. Da. Warum kriege ich denn im Moment so viele Kupfer-Nickel-Barren? Ich meine, ich kann die gut gebrauchen, aber von normalen Mobs? Das ist schon cool. So, was denn jetzt? Jetzt lass mich doch endlich mal mit dir reden hier. Hallo, ich hab dein Poopsie-Dingsbums. Jetzt. Jetzt klappt's. Oh, Pupsie! Puste, Blümchen, du lebst! Das war böse, im brennenden Haus zu bleiben. Böse, böse, böse! Sie hat Glück, dass sie noch lebt. Gute Seele, ich begebe mich bald in die schützenden Arme des Herrn. Kannst du bitte auf mein Pustie, mein Pupsie-Hundilein aufpassen? Pustie ist keine Hündin. Das ist ein Fuchs. Ein Fuchs? Wie dumm von mir. Deswegen liebst du den Wald so sehr, was, Pupsie-Lein? Aber ja, ich werde einen Ort für sie finden. Gott segne dich. Ich sterbe in Frieden. Lebe wohl, meine Pupsie-Pupsie. Na, wenigstens war sie glücklich. Haben wir jetzt einen neuen Hund für unsere Siedlung. Gar nicht so schlecht. Rätsel ist gelöst. Ähm, genau. Und wir gehen zu dem Schnellreisepunkt. Und dann noch zum aufkeimenden Widerstand. Das sind noch die zwei Aktionen für heute. Ich laufe jetzt einfach vor dem Fuchs weg. Ich meine, das Rätsel ist doch gelöst. Pustie. Wir müssen eine Bleibe für dich finden. Kommst du mit in meine Siedlung? Wie geil. Habt ihr gehört. Jetzt haben wir auch noch einen Fuchs in der Siedlung. Wir haben schon einen Wolf in der Siedlung. Jetzt haben wir auch noch einen Fuchs in der Siedlung. Das finde ich cool. Einfach mal so ein Rätsel nebenbei. Und schon wieder was Schönes für die Siedlung. Voll cool. Ach, ich mag Valhalla sehr gerne. Grafikmäßig. Abwechslungsmäßig. Noch mehr als Odysseus, muss ich sagen. Sowas wie Atlantis ist auch drin. Heißt hier nur Valhalla. Es ist schon geil. So. Und da haben wir einen Schnellreisepunkt. Dann sind wir auch hier safe. Können hier immer hin. Läuft doch. So. Noch höher, noch höher, noch höher. So. Schöne Gegend. Ziemlich römisch angehaucht auf jeden Fall. So. Synchronisiert. Sehr gut. Jetzt müssen wir 700 Meter in diese Richtung. Aber jetzt sehen wir auch hier. Ist das noch? Ne, das ist ein Raubzug von. Ist das hier der Raubzug noch? Auf dem Gebiet? Sieht gut aus, ne? Ich glaube, wir haben noch einen Raubzug hier bei uns. Das können wir gut gebrauchen. Ja. Jetzt natürlich. Es ist alles so verführerisch. Jetzt da hinzugehen oder da hinzugehen. Da ist Pearl. Ein neues Dorf. Ne, komm. Wir ziehen jetzt die Quest durch. Jetzt habe ich euch die ganze Zeit versprochen, dass wir die Quest auch machen. Jetzt erstatten wir auch den Bericht bei Gädrik. Ich gucke nur noch mal gerade, was da unten drin ist. Man kann nie wissen, was in so Brunnen auf einen wartet. Nämlich viel Leder und Erz können wir immer gebrauchen für die Rüstungshöherstufung. Essen können wir auch mal gebrauchen. Sehr gut. Wo ist das Pferd? Da. Sonst leuchtet hier nichts mehr, ne? Sonst sind wir hier durch. Okay. 600 Meter Ritt. Wir lassen alles links und rechts liegen. Ich gebe dem Pferd die Sporen. Und wir reiten schnell zur Quest. Gleich sind es 2 Uhr nachts. Dann muss Ivor dann auch langsam mal schlafen. Hey, ich habe schon wie bei Odysse Dreieck gedrückt, damit ich hier die Blumen aufsammeln kann. Diese Äste oder so. Aber jetzt hier so gar nicht. So hat man immer Holz aufgesammelt bei Odysse. Dass man an so irgendwelchen... Zack. Blumen vorbeigeritten ist. Aber das ist immer im falschen Spiel. Das ist schon faszinierend, wenn man so viel Assassin's Creed spielt, dass man immer alles vertauscht. Auch von der Bedienung her. Keine Soldaten weiter breit. Gerdrick hat sich um sie gekümmert. Ach, das ist doch auch cool, ne? Dass jetzt keine Feinde mehr da sind. Dass sich auch so ein bisschen das... Ähm... Das Gebiet verändert. Finde ich halt auch cool. Also die Bedrohung verändert. Dass sich die Bedrohungslage verändert. So ist es richtig ausgedrückt sogar. Also dass man am Anfang noch Feinde da hat. Dann die Feinde dann verschwinden. Oder... Nicht mehr so gefährlich sind. Und so. Dass man doch so ein bisschen merkt, das Gebiet wird von mir schon irgendwie beeinflusst. Und übernommen. Komm ich jetzt durch das Netz durch oder nicht? Ach, ich muss da durchschießen. Moment. Ich komme nicht durch das Netz, aber... So, schießen kann ich durch. Genau. Ich wollte jetzt erstmal wieder da rein, aber... War klar, da hängt was vor. Geht nicht. Aber die Truhe nehmen wir trotzdem mit. Okay. So, die nächste Truhe im nächsten Haus. Gleiches Problem. Gleiche Lösung. Mal gucken. Ne. Gar kein Problem. Einfach nur Tür aufmachen. Hey. Das war ja mal... Okay. So mag ich das. Endlich mal eine Truhe, die kein... Mini-Rätsel hat. Und da ist auch Gedrick. Jetzt haben wir auch die Quest fertig. Sehr gut. Die ist gut ausgerüstet. So viel steht fest. Das war ein guter Fang, Bursche. Und ein ziemlich blutiger. Ölkrüge, Rotenpfeile, Tierfutter. Nimm alles mit, was uns nützen kann. Verbrenn den Rest. Gedrick. Eivor, leben die Tane noch? Jeder Einzelne. Sie stellen gerade eine Fürth aus fähigen Männern zusammen. Sie stehen an deiner Seite, Gedrick. Wir brauchen jeden Speer- und Schürhaken, wenn wir Edwin stürzen wollen. Und du und dein Bruder? Steht der noch an meiner Seite? Mir gefällt deine direkte Art, Gedrick. Meine Axt und die meines Bruders gehören dir. Edwin hat sich in ihrer Feste verschanzt. Sie erwartet weitere Männer und Vorräte. Verflucht sei sie. Wo sind dein Bruder und sein seltsamer Freund? Sie suchen weiter nach dieser Frau, Fulke. Er scheint zu glauben, dass sie uns im Kampf gegen Edwin helfen kann. Ich verstehe bloß nicht, wie. Tu, was du tun musst, Eivor. Ich bereite die Männer, die ich habe, auf den Kampf vor. Ich eile zur festen Kühnebälle und stelle die Fürth für den Angriff auf. Edwins Burg ist stark und gut gesichert. Kann ich irgendwas tun, um ihren Griff um den Schier zu lockern? Oder um ihr Angst einzujagen? Ah, ein guter Gedanke. Du kannst ihre Fahnträger dezimieren, falls du welche siehst, und meine Fürth vor Angriffen schützen. Wir haben einige ihrer Vorräte gestohlen. Solltest du mehr Dinge wie diese finden, vernichte sie. Das werde ich. Wenn du bereit für den Kampf bist, such mich im Lager bei der festen Kühnebälle auf. Wir sind kaum eine Bedrohung. Wir sind gespalten und versuchen nur zu überleben. Ich muss einfach für sie sein, dabei zu segeln und sich die leidlichsten Ziele auszusuchen. Aufkamender Widerstand ist erledigt. Es gibt nochmal zwei Fertigkeitspunkte. Das ist doch schon mal super. Und es gibt viele neue Quests. Stand da mehrere Quests angenommen. Boah, es gibt sogar jetzt vier Fertigkeitspunkte. Das gab jetzt ziemlich viel Belohnung. Pilgerreise nach St. Albarn. Also nicht Albern, sondern Albern. Hier. Das ist schon mal interessant. So, und dann haben wir auch beim nächsten Mal wieder hier ein paar Rätsel, ein paar Artefakte zu erledigen. Ja, ich werde dann auch mal gucken, kann ich den hier schon angreifen? Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt noch einiges zu tun. Von den Quests her gucke ich auch nochmal rüber. Es sind zwei Stück diesmal. Genau, schwäbische Lady Avian. Schwäche, Einfluss. Okay. In Oxfandes hier. Und die Pilgerreise. Also zwei Parallelquests sogar. Ich weiß gar nicht, wo ist das denn? Wie kann man denn den Einfluss schwächen? Ist gar nicht irgendwie markiert auf der Map. Keine Ahnung, wie das geht. Ach, da steht es, ne? Unter Graben, seht ihr da? Da ist irgendwie so der weiße Balken jetzt da oben in der Quest. Ja, dann machen wir auf jeden Fall erstmal diese Quest hier. Und gucken uns dann mit der anderen um. Und wir werden natürlich die ganzen Rätsel, ne? Eins, zwei, drei, vier Rätsel, Artefakte. Also ich versuche mich mal hier oben jetzt erstmal im Norden von dem Fluss, dass das hier alles erledigt ist beim nächsten Mal. Und dann gehen wir mal in den Süden, ne? Also ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Okay, jetzt skillen wir weiter. Also ich wollte da zu dem Adrenalinfeld. Mehr Nachkampfschaden, mehr schweren Schaden. Und wenn mindestens ein Adrenalinfeld gefüllt ist, erhältst du einen Schadens- und Angriffstempo-Bonus. Der Effekt verstärkt sich um jedes gefüllte Feld. Ja, also sind wir jetzt schon wieder viel stärker. Sehr cool. Und auf der Seite hier geht es beim nächsten Mal mit beidhändig schwer weiter. Ja, dann kriege ich zwei neue Waffen. Zwei schwere Waffen. Und dann wird es richtig heftig. So, und was hier noch so alles ist, was das hier alles für Punkte sind und was ein furchtloser Sprung. Ist es das? Ist es das? Ich sehe es, aktiv hat der Sprungangriff einen höheren Wirkungskreis und kann an beliebige Höhe eingesetzt werden. Das ist schon mal ein Fortschritt. Beliebige Höhe finde ich immer gut, das Wort. Aber ob man hier irgendwo ein Skill kriegt, spring so tief du willst. Falls so tief du willst, weiß ich noch nicht. Aber wir bleiben dran. Also ihr seht schon, es sind interessante Skills noch da. Wir kriegen noch viele, viele Punkte und dann können wir uns noch einiges holen. Jetzt gucken wir erst mal beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like, ein Abo und ein Follow und ein Subscribe, ein Prime Ding hier. Dieses Prime Abo kann man ja auch da lassen. Oder genau, Super Chat könnt ihr benutzen, Kommentare könnt ihr benutzen. Ihr habt so viele Möglichkeiten mit mir zu interagieren. Und ich freue mich über alles von euch. Also macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye. Hilf mir. Sei meine Augen. пов Wie Vielen Dank.